Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal mit einem Special Let's Test. Ich habe hier zwei wunderschöne Mädchen neben mir sitzen und wir wollen uns gemeinsam mal ein bisschen mit euch zusammen gruseln. Eine Person kennt ihr ja schon und zwar von den Einforsitzerspielen, Darkfall Lost Souls und zwar unsere liebe Nadine. Hallo, ich bin's. Und dann noch ein weiterer spezieller Gast. Hallo, ich bin die Lisa. So, also, nutze Lisa und Nadine gehen jetzt los auf ins Game. Ich glaube, wir sind Gamer und dann legen wir mal los. Was würdest du tun, wenn du in einem Ort aufgerufen hast, wo du nie gesehen hast? Das kann doch niemand so schnell lesen. Nicht wirklich, nein. Und? Oh, es funktioniert. Oh, was ist denn cool da? Also, oh. Oh, guckt mal nicht aus. Nicht aus. Man kann sich recht nicht bewegen. Vorher ist drückend ganz. Das ist richtig, ja. Ah, man kann sogar hänen. Ah, man kann sogar hänen. Aber man zuschlafen kann man aber nicht. So, ja, ich weiß nicht. So, hab ich noch nicht mehr. Du weißt nicht, wie viele Ohren kommt da mit den Pranken an. Ja, in der Tat. Es sind nicht geschwind sind viele Ohren. Gibt es aber noch ein zweites Licht. Zweites, was weiß ich? Von einem Spill. Nein, Spill ist es gut. Oh, yeah. Ich sag mal, was sind wir denn hier? Oh, was ist das? Ah, okay. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier heißt es Warte-Ring-Spiel. Okay. Für somebody should be in mir. Oh, mein Gott. Ja, wir müssen es weiter. Also, wir sind also da und da gibt es den Kassel, der ist zu dem Wind. Was steht da? Der Kassel. Was ist der Kassel? Okay. Welcome to the Ring Party. Der Kassel, oder? Der Kassel. Doch, tot. Oh, das ist das schon mal über der Kennetier. Ach ja, das ist ein guter Anfragen. Klar. Fink voll klasse. Okay, äh, wie nehmen wir das jetzt auf? Ah, okay. Okay. Und ich glaube, wir alle müssen jetzt, ich hoffe, uns einlassen mit diesem Spiel. Ah, okay. Mit E nehmt ihr alles auf. Ich habe keine Lust, da durchzugehen, weil wir alle wissen, was da auf uns wartet. Ach, Gero hat einfach nicht. Das kann sowieso nicht mehr. Oh mein Gott. Da war was. Egal was da war, es wollte mich fressen. Ja. Ja. Selbst ich habe mich nicht nachschrauben. Wir haben jetzt hier so geguckt, ne? Und du. Und wir auch. Aber irgendwie habe ich Schiss. Und ich bin auch noch derjenige, der das spielen muss, liebe Leute. Ja. 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 Typisch nur nachts. Du bist allein. Wälder sind immer gut, ne? Kennt doch jeder. Ach. Ouuuuh. Wo sind wir denn hier? Chapelle? Was? Tiny. Tiny? Green Inn. Okay, cool. Okay, cool. Hey, help. Kann du mir das? Woah. Von außen. Ok, da ist ein Foto, das ist Foto, das kann ich holen. Ich stehe da ja nicht rein, ne. Du steuerst das Spiel ja noch nicht mal. Das ist ja der Schlimme daran, ich bin ja derjenige, der hier alles steuert. Das Spiel ist creepy. Was kann man hier machen? Ein Typewriter. Okay. Don't look back. Warum? Du solltest dich jetzt bitte nicht umgehen. Mach es nicht. Wir müssen ja jetzt wieder irgendwie hier raus, oder? Na ja, ich würde mal sagen, durch die Typen. Ja, das ist der beste Beet, ne. Da, was ist da? Ja, was ist da? Nichts. Da sind Batterien. Wenn wir zurück. Auf. Merke, Batterien, immer gut. Und da sind die Typen, die schließen sich automatisch. Ja, das ist... Jetzt nehmen wir jetzt systematisch alle Räume ab. Also dabei... ...eine Minute. Diese Stille... Was ist denn los? Sicher etwas wie Let Me Go. Also lass mich in Ruhe. Ich glaube, hier gibt es keinerlei Gefahr. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich werde... Da kommt bald was. Ja, ja. Muss ja, oder? Komm, ja. Schlangenbeinig schon. Wir geben mal ein bisschen Gas. Gehen wir mal hier außen lang. Mal sehen, was hier passiert. Oh Gott! Was ist das denn? Also ich hab mich auch schon... Locked, locked. Okay. Ja, ein Auto. Ja, ein Auto. Ja, ein Auto. Ja. Ja, ein Auto. 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 Das kann auch alles zugeschlossen sein. Okay, jetzt bin ich durch noch gar nichts zu befinden. Nein. Die Tonne sind mit Sicherheit irgendwo geschlossen. Schreibmaschino. Ja. Schreibmaschino war ja zum Auto. Ja. Die müssen es ja. Schreibmaschino. Was war das? Äh. Ja. Ja. Stell mich in die Ecke. Wenn du mich nicht siehst, kann ich dich auch nicht sehen. Äh. Wenn ich dich nicht sehe, kannst du mich auch nicht sehen. Ja. Super. Hätte ich jetzt auch nicht gemerkt. Ja. Also. Hier waren wir jetzt. Auf zum nächsten. Ähm. Ich würde mal meinen Mädels. Tiny Hill. Ja. Oder wie. Gehen wir in die Kirche? Ja. Ja. Die Kirche ist ein heiliger Ort. Das heißt an heiligen Orten kann uns nichts passieren. So die Theorie. Das denkst du ja. Es kann gerne sein. Das ist so Quatsch. Das ist so. Das ist so. Okay wir haben uns verlaufen. Jippie. Soviel zu. Wir bleiben bitte immer auf dem Weg. Dann gehen wir in den Klaffeld ein. Ja das. 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 Ja. Was ist das hier? Du warst krass. Don't cross. Prison's plans. Okay. Das. Definitiv. Ein weiterer Zeit. Ja. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht schön. Bei mir entfernt. Okay. Wir haben anscheinend. Wir sind auf einem Eisfaid gelandet. Na wieso nicht? Boah. Woah. Das mag es nicht. Hier hat es drauf. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist schrank. Das ist hier anscheinend immer mal krisen. Du siehst ja noch nicht. Du siehst mir erst, wenn es zu spät ist. Nein. Ich sehe nicht. Ah, ok, wo sind wir? Na. Äh. Rechts ist es drauf in die Bühle oder links in den Wald? Nö. Würde ich jetzt noch da. Das ist vielleicht ein bisschen. Wir suchen erst mal die Gebäude ab. Ja. Das ist wie bei Skyrim, ne? Also bei Skyrim. Also generell bei Oblivion. Ich weiß nicht, ob das auch ein Mythic Game ist. Äh. Man springt einfach die Berge hoch. Man muss nicht die Berge suchen. Man springt einfach nur auf. Und damit bist du allgemein noch erfolgreicher und noch schneller. Als mit allen anderen Varianten. Und wir haben... Was ist das? Da ist eine Seite. Ja, das ist wirklich. Ja. Das ist so. Aber wie? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich glaube wir haben noch ein bisschen gekannt. So, nochmal. Sicher? Ja. Ja. Ich bin mir noch nie sicher gewesen. So, ich glaube das war jetzt das, was es ist. Ich werde hier noch nicht immer tagsüber lang laufen. Oh Gott! Da ist er! Das ist er! Alter Scheiße! Das ist doch nicht der Slender! Ja klar! Ist du der Slender? Siehste, der winkt schon. Ja genau! Ja, wir gehen mal weiter. Das Slender... Was war der Slender? Ganz sicher! Der wäre doch wieder nachgereiht! Das war ja nur so eine Vorarlung. Ach so, ein bisschen schüchtern. Traut sich noch nicht wirklich. Vorsichtig. Das wäre gar nicht aufgefallen. Das wäre erst der tausendste Kommentar geworden. Ja, ich war lieb auch. Ja, ja. Ach das ist Tiny Hill gewesen. Okay. Tiny, Tiny Hill. Das war hier, das rechts hier. Das rechts. Äh Quatsch, das links. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Rechts links. Okay, gut. Wir waren also jetzt auf einem kleinen Berg. Ich will den nicht noch mal sehen. Die Hose richten? Die Hose richten? Die Hose sah ja jetzt nicht aus, ne? Ja, stundenheimlich. Aber kanns auch tragen. Hier muss man leer. Seitens. 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 Ja, dann muss man nur beziehen. Wir bleiben da. 28. Oh mein Gott. 28. 28. Schaut mal, wir haben noch was neben sich. Badoui. Bam. Warum? Das ist so schüchtern, Mädels. Das. Was? Was? Das. Was ist das denn? Spiel ein Spiel mit uns. Fuck, was ist das denn? Ich glaube wir haben die Chapelle gefunden, die Katakale. Die Kirche. Tatsächlich, da ist er. Wie sollen wir da jetzt rankommen? Ich dachte, der Slander wäre so ein ewig langer Türkei. Nein. Was ist das denn? Mensch, das sieht nicht aus wie eine Pflanze als alles andere. Das sind die Arme. Nee, das war doch eigentlich nicht nur ein Mann. Arme. Mit tausend Arme. Seht ihr immer noch da? Ja. Mensch, da werde ich hin. Einmal mit der Kirche ums Dorf laufen. Verfolgt der uns? Ja. Da steht er doch. Gell. Oh ne, doch auch. Super, da ist er. Da ist er. Er verfolgt uns. Das ist ein Schmied. Nee, der ist echt unhöflich. Total der Sinn. Das ist ein Schmied, ne? Tja. Tja. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist er gut. Da ist er. Die wählen sonst etwas vor uns. Oder? Ja. 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 Joppala, da ist doch Rainray gerade mal kurz aufgestützt. Oh... Oh. 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 Irgendwann. Der hengere. Oh. 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 Ich komme hier ja gerade auf die Letzte und bin fähig für eine Spiel zu spielen. Warten wir jetzt mal tief durch. Ich habe Licht drin. Was glaube ich hier? Danks für dich. Ich trage nicht. Ich meine, wenn du mit einer Tischenabwehr umläufst. Das heißt eigentlich, dass das Lennrein hier gerade vollkommen ist? Nein, das ist ein Lennrein. Kein Eis für mich. Achso. Oh. Das ist ja gut. Überfallend. Mist. Ich gehe mal. Ich gehe jetzt. Ich gehe mal jetzt zumindest. Das passiert nichts von mir. Mit Sicherheit. Oder? Aber wo? Wer suchet, der findet, oder? Hoffentlich nicht. Ja, das hoffe ich auch. Mit Sicherheit hier, oder? Ich gehe mal jetzt. Oh! 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 Da ist er so rumgefuselt, ja, und dann... Ja, Leute! Schlecht mal das Mikro umgeschmissen, ne? Ja, das war... Special. Ich glaub, ich will nicht nochmal davon anfangen, das war... Echt so schlimm? Ganz schlimm! Hat mich jetzt schon erschrocken. Ihr jetzt? Noch mal Runde? Ja, ruhig den Scheiß rein! Ja, wenn ich nen Herzinfarkt bekomme, sei gut! Gut, wir machen noch eine zweite Runde, wir sehen uns dann! Bis gleich!